So verrückt hier. Wo sind wir denn auf einmal? Das ist der Living Room. So, also wir probieren mal ein paar Apps aus. Ja. Ja, ein paar crazy Apps. Die hast du dir vorher runtergeladen oder was? Ja, beziehungsweise Katrin. Die hat das hier vorbereitet. Wir machen mal einen Nail-Doktor als erstes. Das ist ein bisschen eklig. Das klingt schon echt... Guck. So. Die Musik allein. So, was nehmen wir für einen Fuß? Ja, ich weiß ja gar nicht, was man da jetzt machen muss. Werbung. Warte. Das war kostenlos, ja, die App. Ja, ja. Ich will den, genau, den hätte ich auch genommen. Gut. Also erstmal muss ich abduschen hier. Warte mal. Was hat denn der? Fußpilz oder was? Alles hat der. Nagelpilz. Der ist gleichzeitig in eine Scherbe reingelatscht, hat sich irgendwie Bakterien geholt und dann auch noch ist dann quasi gegen die Tür gestoßen, nachdem er auf den Nagel... Ne, ich weiß auch nicht. So, wischen. Oh, ich finde das voll eklig. Macht so was Spaß, so ein Spiel? Ich weiß es nicht. Komm, mal was anderes spielen. Was ist denn Beleidigung? Beleidigung? Ja. Du sagst was Schönes und dann Beleidigung, ja? Ja, das ist doch lustig. Okay. Dann, ich weiß nicht, ich trag mal deinen Namen hier ein. Hä, wieso wollte ich jetzt Martin schreiben? Das war so, wenn ich an Beleidigung denke, denke ich an Martin. Ne, eigentlich nicht. Ne, eigentlich nicht. Julia. Ich möchte gern anders heißen. Du hast ein Gesicht. Du hast ein Gesicht wie ein Feuermelder. Reinschlagen, bis es klingelt. Feuermelder. Willst du dich schminken? Ne, und hier war es das? Farm-Bab-Bubble. Das ist doch bestimmt lustig. Ja? Lass das mal machen. So ein Jump'n'Run bestimmt. Oh, da stehe ich drauf. Das finde ich super. Wie hieß das Spiel, war es hier auf der Playstation-Wurgen gespielt habe? Äh. Neck? Neck. 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 Das hat Spaß gemacht. Ja, das war auch ein Jump'n'Run. So, komm, dann mach mal. Jetzt bist du mal dran. Ich gucke einfach nur, wie du das machst. Ähm. Ähm. Was muss ich jetzt machen? Ja, hier geht's schon los. Dieses Huhn hat ein Gürtel um. Guck mal, jetzt hast du eine Orange. Jetzt musst du an die, du musst die auch verschieben, die Kanone. Ach so, pass auf. Ich hab's verstanden. Jetzt kannst du, genau. Ah. Hey, nicht schlecht. Das ist alle geschafft. Quiz-Duell? Quiz-Duell, ja. Ganz schnell. Hier warten ja hunderttausend Leute von euch, glaube ich, darauf mal, dass hier mal gespielt wird. Vielleicht nochmal ganz schnell. Ganz schnell? Ganz schnell. Eine Runde. Zeit ist abgelaufen. Okay. Wen haben wir denn hier? Okay. Sehr viel Zeit abgelaufen. Äh. So. Oh Gott. Gibt mir jemanden? Sven Fleischmann nehmen wir jetzt mal, ne? Okay, ja. Der Sven. Hallo Sven, wenn du zuguckst, jetzt geht's los. So sehen wir aus. Aha. Hübsch. Spielen. So. Kinofilme. Das ist doch perfekt. So jetzt dürfen wir uns nicht blamieren, ne? Sonst wird das rausgeschnitten. Wer spielt im Jahr 2008 die Hauptrolle in der Führung des Filmes? Das ist klar, das ist Mark Warburg. Ich hab so schnell, kann ich überhaupt nicht lesen, wie du das antwortest? Welcher Schauspieler erhielt, wie du die Rolle aus Erron Ding, äh. Das ist natürlich Danny DeLewis. Jetzt lass mich doch auch mal raten. Achso, Entschuldigung. Das kann ich nicht so schnell lesen. Okay, jetzt bist du da. Jetzt bist du da. Okay. Wie heißt die Schule, auf die Harry Potter geht? Das ist. Das ist Hogwarts. So, und wir gehen jetzt mal wieder zurück. Genau. Zurück ins Studio. Zurück ins Studio.